Moin, herzlich willkommen zum Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westküste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. Als ich bei einem Startup noch gearbeitet habe, da haben meine Chefs zu Weihnachten irgendwann von Google eine kleine Computermaus bekommen. Und paradoxerweise führte das dann dazu, dass sie nicht davon überzeugt waren, dass sie mit Google so gut zusammenarbeiteten, sondern das war der Moment, wo sie selber gesagt haben, wenn wir als kleines Unternehmen schon so eine Aufmerksamkeit von Google bekommen, dann machen wir irgendwas falsch. Und wir sind dann also dazu übergegangen, sehr viel strukturierter an das Ausspielen von Werbung zu gehen. Wir haben uns vorher überlegt, was wollen wir eigentlich erreichen, welche Keywords sind für uns besonders wichtig und wie wollen wir systematisch eben auch unsere Kampagne umsetzen. Vor jeder Google AdWords Kampagne und auch vor jeder Maßnahme im Bereich Suchmaschinenoptimierung steht die Keyword Analyse. Und genau dieses Thema möchte ich Ihnen in diesem Kapitel einmal näher bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.